Ja, so kann man sich auch beschäftigen. Spinne? Tatsache, da bist du ja wieder. Ich spiele jetzt ein paar Stunden mit diesem Experience-Punkt rum. Selbst die Spinne guckt dich komisch an. Oh, genau. Wir gehen. Komm, Teddy, wir gehen. Die mag dich. Ah, ich habe eine Hausspinne. Ich nenne sie Trude. Na, Trude? Sekunde mal. Töte sie! Nein, nein, lass Trude in Ruhe. Sie ist meine Freundin. Sie lässt mich sogar bei Blickduellen gewinnen. Hat sogar Schuppen. Ja, ne? Trude? Oh, gleichkrieg sie, ich könnte sie reiten. Ey, ah, so, gleichkrieg sie, feier in Popo. Nein, lass Trude in Ruhe. Weg von hier. Sie hat ja nichts getan. Genau über der Tür gelandet. Was? Ach so, der Feier. Na, die Spinne. Trude zu haben. Er tut ihr scheinbar nichts. Ja, wo sie im Gras. War es ziemlich herzbar, der Liebste. Wo ist eigentlich mein Experience-Point hin? Der war doch gerade noch da. Er hat dich hängen lassen. Ich habe meinen Punkt verloren. Na ja. Liegt der hier rum? Vergammeltes Fleisch. Gammel-Döner. Gammel-Döner. Irgendwas brennt da. Oh Mann, ich glaube, ich habe meine Pillen auch vergessen. Ich sehe irgendwelche Pfeile, die nicht da sein sollten. Ach so, du hast wieder den tollen Punkt, den... Ich glaube, damit beschäftigen wir uns noch eine Stunde. Genau, du mit dem Experience-Point und ich mit Trude. Ja. Der umkreist deinen Kopf. Ja, sicher. Wirklich. Ich kann es bezeugen. So eine grün leuchtende Kugel. Jetzt hätte es einen Beider verloren. Habe ich gerade einen Schaft gesehen? Was? Nein, wo? Töte... Nein! Trude, du musst mir versprechen, dass du bei Nacht weiterziehst, sonst wird dir hier noch was passieren. Ich hätte es geschickt, dich habe, wenn ich schlafen gehe. Trude, du solltest mir etwas zu. Trude, du solltest aber. Trude, du solltest mir etwas wirklich zu. Ich schon. Mann weiß es nie. Lieber auf Nummer sicher gehen und ein Leben retten. Ah, ja. Ja, Trude ist mir ans Herz gewachsen. Du würdest auch mein Leben opfern, um ihres zu retten, ne? Nein. Ich schon. Nein, es ist noch nicht gekommen. Oh, Martin. Nein. Das sagt derjenige, der die Spinne abwuchsen wollte. Oh, nur witzig. Mal, Donnie Ernst. Ja, 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 ja. Hätte ich es auch gesagt. Kann ich dich füttern, Trude? Wenn nicht, dass ich wüsste. Ich probiere es einfach trotzdem. Na, äh, bin ich. Was, du? Er ist gerade in Lava geschwungen. Hier steht, dass du versucht hast, in der Lava zu schwimmen. Er hat es wirklich versucht. Ich wollte mich gerade noch ausloggen. Oh, oh. Na, ja. Dann sind ja deine ganzen Sachen weg, oder? Ja. Ich weiß es nicht, wie viel Eisen das war, aber, naja. Doch, man, nur eine Schrute mag kein vergammeltes Fleisch. Sie will wahrscheinlich doch lieber Fliegen fressen. Hm, Fliegen. So, dann. Mach ich mir jetzt noch mal eine Axt. Das heißt, ich muss erst mal neues Eisen einschmelzen. Was heißt denn davon, wenn wir gleich noch mal zusammen eine Höhle inspizieren? Klingt ja wert. Ja, das wäre auch ganz nice. Oh, wenn wir dann was finden, das wäre so super aufregend. Eine verlassene Miene zum Beispiel. Er tötet mich. Hilfe. Wir liefern uns gerade ein PvP-Battle. Ja, im Real Life. Auah. Ich habe gerade wieder Soundlegs. Ich höre euch kurzzeitig nicht, es tut mir leid. Ähm, böse Soundlegs. Sollte man abschaffen. Das Teelicht ist aus. Ja, ich muss mir sowieso gleich noch mal neuen Tee machen. Der Ofen ist so lange hell, oder? Nee, der ist noch an. Oder kommt es mir nur so vor? Keine Ahnung. Ist jetzt alles in der Lava von dir? Ja. Ich weiß auch gerade, wie gesagt, nicht so genau, was ich dabei hatte, aber... Viel. Es ist trotzdem bitter. Die schönen Sachen. Hm. Ich glaube mir hier. Einfach mal da so ein bisschen Holz weg. So. Jetzt haben wir schon wieder 739.000,5 Stunden aufgenommen und nix geschafft. Äh, äh, äh. Naja. Außer ein paar Mal sterben. Und Tode kennenlernen. Und einen rumbaggenden Experience Point. Genau. Hast du mir immer noch? Nee. Du brauchst einen Experience Point gelassen. Oder sehe ich den nicht mehr, weil ich mich jetzt ausgedockt habe. Jetzt töte sie ihn. Das kann natürlich... Nein! Nein! Ich muss noch draus kommen. Trude! Verdammt, ich bin ins Loch gefallen, weil ich die ganze Zeit nur nach vorne gekommen habe. Nein. Kein Kommentar. Ich muss aber erst mal gucken, wo sie ist. Ich bin etwas beunruhigt. Trude? Ah, ja. Es spielt Minecraft Musik ganz leise. Hm. Ich höre nichts. Ah, ja. Na gut. Ach ja, das war's auch schon. Von was denn? Von einem Baum. Ach so. So, dann mache ich hier nochmal einen ganz kurzen Aufnahmeschnitt, nochmal kurz Nase putzen. Bis gleich. So, damit ich auch schon wieder. Es wird gerade dunkel. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Da muss ich jetzt mal zusehen, dass ich trotz der ganzen Lexi gerade, warum auch immer, mich auf dem Weg zum Haus mache. Also, ich habe jetzt nur 17 Hölzblöcke gesammelt, das ist nicht viel. Und dann können wir gleich mal schlafen gehen und lassen die Creeper in Ruhe. Also, wenn was gesagt. Kyoko? Die ist gerade abwesend. Pilze. Oh. 3. Ich habe dich ja gar nicht kommen hören. Haha. So, dann setz ich da nochmal einen hin. Setze da einen hin. Setze da einen hin. Oh, man, ich brauche ein neues Headset. Ah, ja. Und am besten eins mit Funk. Scheiß, Kabelbruch immer zu. Die Dinge kosten einen Haufenkohle. Einen Haufen, Haufen Kuhle. Kohle, 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 Kohle. Ja. Kyoko, würdest du dich bitte ins Bett legen? Hallo? Frau Kyoko? Kuckuck. Hm. Abwesend. Schreib doch per Nachricht so. Komm ins Bett. Ach so, ah. Okay, gleich. Ich glaube, die hört uns echt nicht. Hm. Immer so brackelweise. Eben gerade ganz kurz. Nicht gut. Jetzt aber wieder nicht. Egal, dann gehe ich erst mal taub schlafen. Jetzt, wo ich ein bisschen meiner Kurzsichtigkeit abgelegt habe. Taub und blind. Oh, wie fies die Nachricht. Kisabari war slain by a zombie. F plus dich. Ehrlich, egal. Ach ja, stimmt ja. Ja. So gesehen habe ich ja auch noch meinen 15-Euro-Headset. Aber wenn ich dann den Sound damit aufnehme, obwohl ich glaube, selbst mein Mikro ist gerade so am eingehen und kaputt sein und schrott sein, dass die Quali sicherlich ohnehin von Arsch ist. Och ne, ich höre dich eigentlich wunderbar. Echt? Cool. Ich höre wieder! Ja. Ich sehe das Skype auch so was Seltenes. Irgendwie ist hier ein Schatten-Bug. Ja, ich hatte auch schon welche. Aber mir fällt gerade auf, die Squids, die sehen geil aus. Also mir gefallen diese Map-Texturen immer besser. Ich weiß zwar noch nicht, wie die Höllen-Gegner aussehen, aber das Ding gefällt mir schon mal extrem sehr toll und so. Also wirklich. Ich glaube, ich baue uns mal eine Tür, weil irgendwie ist mir das zu unsicher da oben. Aber erst mal nehme ich mir ein bisschen Eisen. Ja, und dann müssten wir auch, sagen Sie mal, das Dach fertig machen, dass wir aus dem Fundament ins Haus ziehen können. Ach so, ja, das wäre keine so schlechte Idee. Ich bin gerade noch mal ein bisschen am Holz sammeln, weil du mir ja nichts abgeben willst. Ich habe selber kaum noch was. Du hast doch fünf Stunden lang gesammelt. Äh, dass ich unterwegs war und Holz gesammelt habe, ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass ich die ganze Zeit nur Holz gesammelt habe. Ich habe mich doch 50 Prozent dieser Zeit verlaufen. Ach, hallo, Duda. Ich spring noch mal rein. Ja. So ungefähr. Oh, eine Tür. Wunderbar. Ah, ja. Ich muss mal gucken, wenn ich das Minecraft-Texturen-Pack auf 1.9 update, dass ich aus dem anderen Pack nochmal eine Eisentür nehme. Denn in dem Pack, auf dem mein Pack aufgebaut wurde, wurde jetzt für 1.9 eine andere Eisentür verwendet. Und die neue, die finde ich absolut doof und die bisherige Eisentür, die habe ich bisher noch nie so wirklich in Action gesehen, keine Ahnung, wie in die aussieht. Entweder muss ich mir die dann rauskopieren oder ich suche mir aus dem anderen Pack nochmal eine Tür. Ach so, ja. Und irgendwie leckt das Spiel, also der Server gerade bei mir ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ich dachte aber eher, dass es an mir liegt. Aber gut zu wissen. Ich kann hier mal kurz was gucken. Äh, ja. Irgendwie hat der Server gerade Probleme. Ich hoffe mal, dass sich das von alleine ergibt. Nicht, dass wir doch nochmal auf einen anderen Server umsteigen müssen, was ich nicht gerade angenehm fände. Nein, wir sind schon so weit gekommen. So. La la la. Ähm. La 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 la. La 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 la. Ich versuche mal ein bisschen nützlich zu sein. Und werde man dem Dach weiterbauen. Ja, ich habe mittlerweile auch knappen Stack. Und ich muss schon wieder Nasen putzen, das Nerv zu langsam. Rapprapprapprapprapprapp. Lecker, lecker, lecker. Hoch, hoch, äh, hoch, so. Zack. Es ist so ein wunderschöner Tag. Dann mache ich nochmal kurz eine Aufnahme und einen Schlitt. Entschuldigung. Entschuldigung.